Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das 7-Gang-Getriebe eines Mercedes-Benz. Das Mercedes 7-Gang-Getriebe ist sehr problematisch. Oft geht das Getriebe kaputt, nur Mercedes hat das sehr schlau gemacht. Ins Getriebe haben die eine Wegfahrsperre eingebaut. Das bedeutet, wenn ihr so ein Getriebe euch gebraucht kauft, dann könnt ihr dieses Getriebe leider nicht fahren, denn die Wegfahrsperre kann man nicht irgendwie überwinden. Mercedes kann halt zugeschickt, damit wir diese Steuergärte wieder auf Null setzen, also wie neu. Und dann kann man die Steuergärte komfortabel einbauen und über den Mercedes-Server kodieren. Wir bieten aber auch den Service an, dass wir auch die Steuergärte selber warten, denn wenn man sein Getriebe halt zu spät spült, dann sammelt sich natürlich im Getriebe Dreck. Der Dreck kommt nicht einfach nur so rein, sondern wir haben im Getriebe Lamellen und die Lamellen, die haben natürlich einen Abrieb. Der Abrieb ist nicht metallisch, deswegen bleibt er auch nicht an den Magneten hängen, sondern der fließt und befindet sich einfach im Öl. Und dieser, sozusagen der ganze Dreck, der setzt sich einfach in der Mechatronik einfach ab. Wo denn? Zum Beispiel bei den Ventilen. Die Ventile, die haben hier so einen kleinen Filter und der Filter wird irgendwann halt dicht. Der sorgt dafür, dass wir bestimmten Öldrücke im Getriebe haben. Zweite Problematik haben wir hier bestimmte Wellen. Wenn sich der ganze Dreck in der Welle selber sammelt, dann haben wir natürlich Schallprobleme, Rucken im Getriebe und natürlich einen Höhenverschleiß. Deswegen bieten wir auch die Möglichkeit, wenn ihr uns das zuschickt, dass wir hier eine Wartung durchführen. Wir setzen das Ding zurück, dann könnt ihr das komfortabel in euer Fahrzeug einbauen, über Mercedes kodieren lassen und das Ding ist so, wie es sein soll. Aber so weit muss das nicht kommen. Wenn ihr ein Siebenganggetriebe habt, dann solltet ihr es einfach rechtzeitig warten. Das heißt, eine Spülung machen bei 80.000 mit originalen Mercedes-Teilen. Nicht, weil Mercedes-Teile so super sind, sondern das Getriebe wurde für Mercedes-Teile gebaut. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein anderes Öl habt oder anderen Filter mit vielleicht verschiedenen sozusagen Eigenschaften, dann kann das Getriebe diese Eigenschaften oder kennt sie einfach nicht und schaltet nicht so, wie es sein soll. Deswegen sollte man immer originalen Teile verwenden, einfach um sicher zu gehen, dass man die Teile verbaut hat, die auch da rein gehören und Probleme aus dem Weg zu gehen. Ja, ich denke, mehr gibt es eigentlich zu der Thematik nicht zu sagen. Wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr uns gerne per E-Mail kontaktieren, am besten mit Fragestellung und dann können wir euch sicherlich helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.